Als die 10% oder knapp 10% für Tadjana sind die höhere Wahlbeteiligung, die einfach mal über 50% war. Also wir sind endlich wieder mehr als die Hälfte der Menschen war wählend, auch wenn es traurig ist, dass die andere Hälfte nie war. Weil die hätten gestern die Chance gehabt, uns eine andere Ausgangsposition zu versorgen, aber wahrscheinlich sind die zufrieden. Und ich will nochmal, auch was die Tadjana schon, blöderweise haben wir wirklich dieselben Gedanken.